Sag mal, was guckst du eigentlich Samstag im TV? Am Samstag? Wetten, dass? Auf ZDF? Wetten, dass? Guckt das noch jemand? Gibt's das noch? Wer macht denn das? Ja klar, Markus Lanz. Der kann's. Markus Lanz kann gar nichts. Wir gucken morgen nur eins, den Pokerstars-Kings-Cup-Livestream. Denn ab 20 Uhr geht's bereits los und nix mit Wetten, dass. Ist gut, den können wir nehmen. Bis zum nächsten Mal.